Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schaas feinem Podcast Episode 267. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Wie immer fange ich an mit dem Corona Update. Jetzt eigentlich nur unerfreuliche Sachen, denn eigentlich wären wir kommendes Wochenende auf einem Camping Trip gewesen mit ein paar Podcast Buddies. Das haben wir aus Vorsicht abgesagt. Eigentlich hätten wir gedurft, aber naja, ist halt Corona und irgendwie fühlte sich das nicht richtig an. Dann zwischenzeitlich haben wir jetzt eine Mail bekommen vom Platzbetreiber über die Hygieneregeln, die jetzt dort gelten. Und das Gute ist, dass ich jetzt weiß, wer über das Himmelfahrtswochenende auf dem Platz zu Gast ist, denn die haben einfach mal alle E-Mails öffentlich ins Adressfeld geschrieben. Läuft bei denen. Marco fährt wohl hin. Das heißt, wir werden im nächsten Camping Caravan Podcast darüber berichten können. Wir haben auch schon lose einen Aufnahmetermin vereinbart. Wir haben übrigens, also meine Frau und ich haben übrigens storniert, aber unsere Anzahlung nicht zurückgefordert, damit wir irgendwann mal hinfahren können. Mal schauen, ob wir dann auch eine E-Mail kriegen mit Hygieneregeln und 200 weiteren E-Mail Adressen. Mal sehen. Ja, und eigentlich sollte auch am Donnerstag Hardbone im Speicher spielen. Also das ist die Band von meinem High Alarm Podcast Kollegen Benni, die ein neues Album am Start haben und damit dringend in die Top 100 Charts wollten und so viele Singles und Alben wie möglich verkaufen wollten. Und dafür haben sie eine Tour geplant. Das geht jetzt nicht, weil Corona, das heißt also Großveranstaltungen sind oder Hauptveranstaltungen sind abgesagt und im Speicher in Husum findet gerade gar kein Programm statt bis zum 31. August. Und deswegen habe ich jetzt erstmal einen Spendendauerauftrag eingerichtet, damit diese großartige Kulturstätte nicht vor die Hunde geht, denn das wäre echt schade. Und achso, noch ein Ding zum Camping wollte ich noch erzählen. Wir sind jetzt unter die Dauercamper gegangen. Meine deutlich bessere Hälfte und ich haben einen Saisonstellplatz vereinbart, tatsächlich schon bevor das alles mit Corona losging und wir hatten uns das eigentlich so überlegt, dass wir den Wohnwagen da halt stehen haben und immer hin können, mal auch übers Wochenende, ein, zwei Nächte oder so, ohne dass wir jetzt einen riesen Aufwand betreiben müssen, um loszukommen. Normalerweise steht das Ding ja hier an der Straße und wir müssen dann erstmal packen und überlegen, wo fahren wir hin und dies, das, Ananas und so haben wir jetzt halt einfach den Wagen schon fertig aufgebaut, auf dem Campingplatz stehen, müssen ein, ja also nur ein Minimum an Gepäck dabei haben, weil vieles auch einfach schon da ist und dann sind wir halt da und fahren wieder nach Hause. Gleichzeitig war aber der Deal auch, dass wir jederzeit den Wohnwagen da wegziehen können. Naja und das fällt halt dieses Jahr aus. Also die Campingpläne, die wir hatten, sind eigentlich jetzt soweit abgesagt. Vielleicht je nachdem, wie sich das Jahr entwickelt, könnte es sein, dass wir nochmal wegfahren, aber also ich gehe eigentlich davon aus, dass wir das ganze Jahr da stehen bleiben. Und dann ist mir was passiert, was mich, was mich echt geärgert hat und zwar zweimal jetzt und das hat mit dummen Hundebesitzern zu tun. Also es gibt zwei Arten von Hundebesitzern, die ich überhaupt nicht leiden kann. Das sind die einen, die ihre Hundekacke nicht aufsammeln und die anderen, die ihren Hund ohne Leine laufen zu lassen. Und ich habe einen Heini getroffen, der wahrscheinlich zu beiden Gruppen gehört, der war auf dem Fahrrad unterwegs und sein Hund lief ohne Leine nebenher. Und er ist uns begegnet an einer Kreuzung, als ich gerade mit Molly unterwegs war. Er bleibt stehen, der Hund macht schon Anstalten, über die Straße zu laufen, trotz Verkehr. Der konnte dann das gerade noch so irgendwie verhindern und sein Hund dachte dann so, wenn ich sowieso hier stehe, dann kann ich ja mal den anderen Hund besuchen gehen. Das hat der Halter nicht verhindern können, selbst mit leichten Fußtritten. Und dann hat er sich wohl gedacht, wenn ich jetzt über die Straße fahre, dann wird der Hund schon mitkommen. Fehlanzeige, der interessierte sich mehr für Molly und lief dann auch nach ein paar Mal abrufen rüber. Hat natürlich nicht auf den Verkehr geachtet, wäre fast überfahren worden. Und es sind genau diese Situationen, für die uns Mutter Natur die Leine geschenkt hat. Und dann die nächste Patientin war dann heute Morgen auf der Hunderunde, begegnete uns ein kleiner Hund, unbeaufsichtigt mitten auf der Straße. War zwar eine Nebenstraße mit Poller an der Zufahrt, also so gut wie kein Autoverkehr. Aber wenige Meter weiter ist halt eine stark befahrene Straße. Also habe ich dann so rumgefragt, wer ist ein Hund das wohl sein könnte. Da waren ein paar Leute in ihren Gärten und da hieß das so, ja, das ist Inges Hund, der läuft nicht weg. Er ist einfach den ganzen Tag im Garten und geht immer mal hier rum. Und dann, sie ist ja auch auf dem Balkon und im Zweifelsfall muss sie ihn halt suchen gehen, wenn er abhaut. Und da fällt mir dann auch nichts mehr zu ein. Also das sind so diese Menschen, also A, wenn der Hund dann wirklich unter das Auto kommt, dann ist das Geschrei groß und irgendjemand fährt durch die Gegend und sagt, ich habe einen Hund überfahren und macht sich irgendwelche Vorwürfe. Und dabei konnten die im Zweifelsfall gar nichts dafür. Echt scheiße. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber der Scheuer-Andi, unser Verkehrsminister, der hat ja wieder eine schlaue Idee gehabt. Es gab eine Verschärfung der Bußgelder der Strafen in der Straßenverkehrsordnung. Und also zum Beispiel, dass selbst wenn man einmal mehr als 20 Stundenkilometer zu schnell innerorts unterwegs ist oder mehr als 26 Stundenkilometer außerorts, dass dann der Führerschein für einen Monat weg ist. Und jetzt haben wohl einige Autofahrer ans Verkehrsministerium geschrieben und haben gesagt, ja, wenn wir das so durchziehen, dann riskiere ich, dass ich meinen Lappen und damit meinen Job verliere. Und das wäre ja ganz furchtbar. Und deswegen hat der Minister also entschieden, dann nehmen wir das mal zurück, dass er auch unverhältnismäßig. Also der findet es völlig okay, wenn man mit 70 durch die Stadt fährt. Auf Twitter habe ich dann einen Musterbrief gefunden von jemandem, wo im Wesentlichen drinsteht, dass diese Entscheidung ja aufgrund von Schreiben betroffener Autofahrer getroffen worden ist. Und deswegen sei der Autor guter Dinge, dass aufgrund dieses Briefes die Änderungen jetzt beibehalten werden. Und das sei ja sehr freundlich. Vielen Dank. Den habe ich mal abgeschickt. Aber ich glaube nicht, dass da wirklich was bei passiert, weil es halt so eine Quatschaktion. Aber es sind halt 80 Cent, die ich grundsätzlich gerne investiert habe. Achso, dann ist die Episode veröffentlicht, wo ich bei Claudia zu Gast war, bei den Schreibtischgesprächen. Da hatten wir über ihr Buch gesprochen, hatte ich letztes Mal erzählt. Das ist jetzt raus. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes dieser Episode. Die neue Nord-Süd-Gefälle-Episode ist auch draußen. Wow, und das war ungefähr die kürzeste Folge seit 1000 Jahren. Gar nichts zu erzählen. Naja, gut. Abgesehen davon bin ich der Meinung, dass Horst Seehofer als Bundesinnenminister zurücktreten sollte, bis das passiert. Oder bis eine neue Folge von Jörn Schaas für einen Podcast erscheint. Alles Gute und eine hervorragende Woche. Tschüssi. Dich, du bist du 오늘wehraus. Untertitelung des ZDF, 2020